Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans. Heute mit den Games with Gold für den Monat Mai 2018. Den Anfang im Mai vom 1. bis zum 31. macht das Spiel Super Mega Baseball 2. Und vom 16. Mai bis zum 15. Juni erhaltet ihr Metal Gear Solid, und zwar The Phantom Pain. Kostenlos für eure Xbox One. Und ab dem 1. bis zum 15. Mai erhaltet ihr kostenlos für eure Xbox One Street of Rage. Und vom 16. Mai bis zum 31. Mai erhaltet ihr ebenfalls abwärtskompatibel Vanquish. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass ihr diese Titel nur kostenlos für eure Xbox One erhaltet, wenn ihr ein gültiges Xbox Live Gold Abo besitzt. Ansonsten ist das leider nicht möglich, dass ihr diese Games kostenlos herunterladen und natürlich auch spielen könnt. Des Weiteren möchte ich einmal darauf hinweisen, dass ihr diese Spiele immer dann so lange kostenlos spielen könnt, solange euer Xbox Live Gold Abo gültig ist. Ich hoffe, dass diese Info für dich wieder einmal hilfreich war. Wenn dem so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit auch du immer aktuell erfährst, wenn es hier ein neues Video auf meinem Kanal gibt. Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass ihr mir gerne bei Twitter folgen könnt, bei Twitch natürlich auch und joint auf jeden Fall meinen Discord Server. Alle Links dazu hier eingeblendet und natürlich unten in der Videobeschreibung. Des Weiteren bleibt mir nur eins zu sagen, ich danke fürs Zuschauen, euer Hans ist raus. Cheers! 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 Athletics UR DevOps